Wie viele Krisen willst du managen? Olaf Scholz? Ja. Vermutlich könnte man so die ersten eineinhalb Jahre für Olaf Scholz als Bundeskanzler in einem Meme zusammenfassen. Wir stecken noch mitten in der Corona-Pandemie, als Scholz sein Amt antritt. Dann Krieg, Energieknappheit, Angst vor einem kalten Winter, Hunderttausende Geflüchtete, Inflation und dazu noch zwei Koalitionspartner, die sich ständig in die Haare kriegen. Aber Olaf Scholz, der kühle Norddeutsche, steht im Sturm und scheint von all dem nicht besonders beeindruckt zu sein. Wir schauen uns in diesem Video an, wie Olaf Scholz es, schon bevor er Kanzler wurde, hinbekommen hat, dass scheinbar alles an ihm abbreit. Auch Kritik. Und vor allem schauen wir auf die Zahlen des Politbarometers und fragen, wie das bei den Wählerinnen und Wählern so ankommt. Polytetra Fluorethylen, auch bekannt als Teflon. Damit beschichtet man Pfannen, damit Spiegeleier nicht anbraten oder Jacken, damit der Regen daran abhält. Kurz, eine Antihaftbeschichtung, an der nichts kleben bleibt, egal wie hartnäckig es ist. Schon seit ein paar Jahren verwendet die Presse die Metapher Teflon Scholz, dann auch für Olaf Scholz. An ihm scheint auch vieles einfach abzuperlen. Selbst Markus Lanz gab einmal zu, er habe sich an Olaf Scholz die Zähne ausgebissen, weil der in Interviews immer komplett kontrolliert oder völlig anders antwortet als erwartet oder nur ganz kurz und spärlich. So war es. Mir so war es nicht. Man nennt ihn auch den Scholz-O-Mat. Einen emotionslosen Roboter, nüchtern bis an die Schmerzgrenze. Olaf Scholz scheint nicht gerne öffentlich Emotionen zu zeigen. Zum Beispiel, als er 2011 zum Regierenden Bürgermeister seiner Heimatstadt Hamburg gewählt wird. Ich gebe zu, als ich die ersten Umfragen gehört hatte, bin ich erstmal in einen Nebenraum gegangen, um mich alleine darüber zu freuen. 2017 organisiert er den G20-Gipfel in Hamburg. Es kommt zu Ausschreitungen, ganze Stadtviertel brennen. Aber Scholz weist alle Vorwürfe eines schlechten Krisenmanagements nüchtern zurück. Jenseits von Hamburg scheint das G20-Desaster auch schnell vergessen. Ich bedanke mich auch bei den Bürgern und Bürgern unserer Stadt, die nicht weniges erdulden mussten, wo einige erleben mussten, dass ihre Autos angezündet wurden, dass ihre Geschäfte zerstört worden sind. Das alles darf nicht stattfinden, ist unverzeihlich und unvertretbar. Nur wenige Monate später wird er zum Bundesfinanzminister und Vizekanzler berufen. In dieser Zeit geht der Zahlungsdienstleister Wirecard pleite. Scholz-Ministerium steht in der Kritik, fahrlässig gehandelt zu haben, aber auch das geht spurlos an Scholz vorbei. Auch der nächste Skandal scheint an Teflon-Scholz abzuprallen. Zumindest stand April 2023. Es handelt sich um den Cum-Ex-Steuerskandal. Das ist eine komplizierte Sache. Kurz zusammengefasst, Betrüger nutzen Aktiengeschäfte, um sich zu bereichern. Sie bekommen mehrfach Kapitalertragssteuern vom Finanzamt zurückgezahlt, obwohl sie sie nur einmal bezahlt haben. Das ist Steuerhinterziehung, Steuerbetrug. Befindet jedenfalls der Bundesgerichtshof. Die Hamburger Warburg Bank war darin verwickelt und soll eigentlich 47 Millionen Euro ans Hamburger Finanzamt zurückzahlen. Wie von Zauberhand lässt das Finanzamt diese Forderung aber wieder fallen. Wir erinnern uns, damals ist Scholz noch Hamburgs Bürgermeister und trifft sich nachweislich mehrfach mit dem Chef dieser Bank. Hat er also etwas damit zu tun? Komischerweise kann Scholz sich gar nicht mehr an die Gespräche erinnern. Ob Scholz tatsächlich politisch Einfluss genommen hat, ist bis heute nicht klar. Allerdings hat es Scholz Wahl zum Bundeskanzler kein bisschen behindert. Im Gegenteil. Die Skandale seiner beiden Kontrahenten scheinen die Wählerinnen und Wähler weit mehr enttäuscht zu haben. Baerbock stolpert über Urheberrechtsverletzungen und einen falschen Lebenslauf oder zumindest falsche Angaben. Und Laschet lacht im Ahrtal. Teflon Scholz wird als beliebtester SPD-Politiker scheinbar weitgehend unbeschadet. Der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Laut ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen war Olaf Scholz nie beliebter als kurz nach der Bundestagswahl. Am 1. Oktober 2021 erntet er seinen persönlichen Bestwert von 2,2 auf einer Bewertungsskala von minus 5 bis plus 5. Er ist zu diesem Zeitpunkt der beliebteste Politiker überhaupt nach Angela Merkel. Drei Viertel der Befragten wollen ihn als Kanzler. Wie Scholz seine ersten 100 Tage im Amt dann bewältigt, das haben wir in diesem Video hier beleuchtet. Aber wie geht es danach weiter? Zum Beginn des Ukraine-Kriegs hat Olaf Scholz das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler immer noch. Aber schon kurz nach seiner legendären Erklärung zur Zeitenwende im März 2022 fallen seine Sympathiewerte auf einen persönlichen Tiefswert im April 2023 von 0,2. Verliert Olaf Scholz das Vertrauen der Wähler? Ja, Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen sagt dazu. Also stimmt, der Trend geht ganz klar nach unten. Allerdings ist es nicht nur bei ihm der Fall, sondern generell ist das Niveau der Bewertung der zehn wichtigsten Politiker im letzten Jahr nach unten gegangen. Aber ich würde nicht sagen, dass es zu einem Vertrauensverlust führt für Olaf Scholz. Denn auch bei der Frage, wie er seine Arbeit als Bundeskanzler macht, haben wir ja immer noch Mehrheiten, die sagen, der macht seinen Job gut. Das heißt, da gibt es schon hin und wieder auch Ungeduld und Missmut und dann geht die Kurve nach unten. Aber ein genereller Vertrauensverlust, den würde ich jetzt nicht sehen. Missmut äußern die Befragten vor allem bei einem Punkt. Zum Beispiel geben 66 Prozent im März an, sie vermissen Führungsstärke beim Kanzler. Offenbar setzt er sich zu selten durch. Wann immer er ein Machtwort spricht, wirkt sich das allerdings positiv auf Scholz' Ansehen aus. Etwa im Oktober, als er nach einem langen Ampelstreit die Laufzeit der letzten Atomkraftwerke bis ins Frühjahr verlängert. 36 Prozent befürworten Scholz' Handeln, 55 Prozent wünschen sich sogar eine Laufzeitverlängerung über den April hinaus. Setzt sich der Kanzler in der Ampel also zu selten durch, müsste er viel öfter den gelben und grünen die rote Karte zeigen. Was für ein Wortspiel. Im März 2023 kommt der Ampelstreit zum Höhepunkt. Grüne Klimapolitik und Heizkonzepte gegen gelbe Autobahnausbauten und Steuererleichterungen. Dazwischen ungerührt der Kanzler, an dem wieder alles abzuprallen scheint. Als hätte er damit nichts zu tun. Ganz grundsätzlich meinen 61 Prozent der Befragten im Politbarometer im April 2023 oder Scholz setze sich eher nicht durch. Zuletzt sind nur noch 46 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Sowohl bei Scholz als auch bei seinen beiden Stellvertretern wirkt sich das negativ auf die Sympathiewerte aus. Fast drei Viertel der Befragten hält Olaf Scholz außerdem für zu zögerlich. Gerade in Bezug auf die Ukraine wünschen sich die Wählerinnen und Wähler mehr Tatendrang. Schon vor einem Jahr hätten mehr als die Hälfte der Befragten des Politbarometers, 56 Prozent, die Lieferung schwerer Waffen unterstützt. Dass Kanzler Scholz erst im Januar grünes Licht für die Leopard 2-Panzer gegeben hat, das hat vielen Menschen einfach zu lange gedauert. Aber trotzdem denke ich, wenn diese Entscheidung so getroffen wird, müssen natürlich ganz viele Aspekte mit berücksichtigt werden, die ein Befragter bei der Beantwortung dieser Frage natürlich nicht alle im Kopf haben kann. Manchmal wünscht man sich halt, dass diese Entscheidung, vielleicht auch der Entscheidungsprozess besser erklärt wird. Das ist sicher keine Stärke von Olaf Scholz, dass er die Menschen mitnimmt bei seiner Entscheidung. So ist seine Art. Also ich denke, das ist etwas, was muss man halt einfach akzeptieren. Und ein Stück weit ist es halt dann auch authentisch. Aussitzen und aushalten. Irgendwie kommt uns dieser Führungsstil doch bekannt vor, oder? Experten vermuten, dass Olaf Scholz sich von seiner Taktik einen ähnlich langwierigen Erfolg verspricht, wie ihn seine Vorgängerin Angela Merkel von der CDU hatte. Aber auf den ersten Blick scheint Angela Merkel beliebter gewesen zu sein als Olaf Scholz. Ihr Wert lag durchschnittlich bei 1,8. Seine nur bei 1,1 Tendenz weiter sinkend. Laut Andrea Wolf zählt aber nicht nur, dass ein Kanzler beliebt ist, sondern bei wem er beliebt ist. Was beide eint ist, was ich anfangs auch schon mal angesprochen hatte, dass sie auch von den Anhängern aller anderen, mit Ausnahme der AfD-Anhänger, also bei den Anhängern der anderen Parteien, eben auch positive Werte kommen. Also auch da Wertschätzung erfahren. Und ich glaube, das ist noch entscheidender, als an der Spitze der Top Ten zu stehen, dass man nicht polarisiert, sondern dass man positiv wirkt, auch in einer breiteren Schicht. Denn das ist ja dann auch die Aufgabe des Bundeskanzlers. Er muss ja dann regieren für alle. Und das ist eigentlich das Wichtigste, das ich sehe bei diesen Beliebtheitswerten. Reichen Olaf Scholz Sympathiewerte aus, um ihm das Kanzleramt auch weiter zu sichern? Seine Teflon-Schicht hat ihn in der Vergangenheit ja immer mal wieder gerettet. Aber eventuell könnte diese Schicht jetzt bröckeln. Denn die Union zieht das schärfste Schwert, das die Opposition hat. Sie hat einen Untersuchungsausschuss im Bundestag beantragt. Merz, der CDU-Chef und seine Mitstreiter möchten beweisen, dass Olaf Scholz als damaliger Oberbürgermeister Hamburgs im Cum-Ex-Skandal politisch Einfluss genommen hat. Auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Finanzverwaltung oder auf Entscheidungen. Wir können gespannt sein, wie sich der Kanzler da durchscholzt, um es mal mit diesem Wort zu sagen. Was meint ihr denn? Wird Olaf Scholz mit seiner Art ähnlich erfolgreich wie Angela Merkel? Oder schreckt euch das eher ab? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Videos hier von dem Kanal. Da und da gerne klicken. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.